Warum nutzen Sie Ihr Zukunftswissen nicht, um am Aktienmarkt zu spekulieren? Wir könnten damit Trilliarden verdienen. Warum Trilliarden, wenn es um... ...Milliarden geht? Eine Trilliarde ist mehr als eine Milliarde, Dummknochen. Okay, Klappe zu. Hör mal, du kannst mich... Klappe, Klappe, Klappe. Hör zu, alles was... Alle anwesenden Arschlöcher, abhör zu, Klappe tot, ey. Nummer zwei, könnten Sie bitte auch mal... Hör zu, ich bin der Pippi Langstrumpf, Klappe zu, erich. Soll es mit der Klappe klappen, musst du Klappe, Klappe machen. Hör, scht, Klappe, sohnerig. Frau Verwiss... Hosso, hosso, guck mal da, hosso, hosso. Untertitel, Klappe halten. Ich versuche doch nur... Klappe, willst du lieber mal an meinen Klippen nappeln? Ich will doch, hör auf. Klappe, Zame, 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 Zame. Du benimmst dich wie ein Kind? Zame, 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 Zame. Lass mich, ich... Klappe, und nun leg das Zeitportal rein. Okay, Boys, Arsch. Wie, äh, was meinst du? Schon gut, ich bin sicher, Operation Bananarama wird ein Ultrahammer. Was willst du damit sagen? Wenn du wirklich... Pssst! Wenn du wirklich hipster willst, dann... www.psst.com.org Also, du... Dr. Evil, könnten wir für einen Moment die Familienswissigkeiten beiseite lassen und uns ernsthaft dem Projekt zuwenden? Ach ja? Ja. Dieser ungebührliche Tonfall missfällt mir. Äh, es war nicht so gemeint. Nein, nein, nein. Wollen Sie etwa die Sache in die Hand nehmen? Das würde ich mir nie erlauben. Ach so, ist das also, ha? Sie wollen dem Papa spielen. Ist es das, Nummer zwei? Sie wollen ja also den Tortenheber schwingen. Willst du jetzt heulen? Heulst du gleich? Ich wollte nicht heulen. Musst du jetzt heulen? Muss das Baby jetzt heulen? Oh, was, äh... Kommen jetzt die Tränken? Hörn Sie, ich glaube nicht, auch. Ja, na also, jetzt heulst du, was? Jetzt bist du ein echter Mann, Mann. Habe ich mir noch gedacht. Woh, woh, woh! Na, na... Nie, na, na! Na, na, na! Nä, na! Bis zum nächsten Mal.